BAKONI TV Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BAKONI TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass du da bist. Jan Klose. Schön, wieder da zu sein. Fünf Jahre oder so ist das her, ne? Fünf Jahre, gerade als ihr angefangen habt. Dann ist es sogar noch länger. Noch länger. Noch länger. Also kurz danach, glaube ich. Ne, ich glaube 2009 war das. 2008 oder 2009, wo ich das letzte Mal hier war bei euch. Ach, fünf Jahre. Und uns gibt's schon sieben. Ja, lang ist es her, aber schön, dass du jetzt nochmal da bist, weil, wenn man sich mal deinen Terminkalender anguckt, ist es gar nicht so selbstverständlich. Du bist ja ordentlich unterwegs gerade. Ja, ja. Du bist auf Tour gewesen, so hier in Deutschland mal wieder. Ja. Wie war? Sehr gut, ganz toll. Also das waren jetzt insgesamt zwölf, 13 Termine. Und morgen ist der letzte, war noch hier in Hamburg in der Prinzenbar und in Kiel und Berlin und im Ruhrpott. War ganz toll. War wieder schön hier zu sein, weil du lebst ja jetzt auch schon mal länger in New York. Ja, ich lebe schon lange in New York, jetzt über zehn Jahre schon. War toll. War ganz toll. Viel Spaß gemacht. Viel zu viel Spaß gemacht. Der Rückzug ist schon geplant. Genau. Was spielst du für uns? Ich spiele ein Lied von meinem neuen Album Mosaic. Heißt Falling Tears. Falling Tears. Ja. Leg los, viel Spaß. All right. Rain is water. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.